Silvester. Rettungsgasse ist das Worf des Jahres 2012. Dahinter landete Schulschwänzbeauftragter, gefolgt von Präfrustriert. Unworf des Jahres wurde Unschuldsvermutung vor Pleitegriechen und Anfütterungsverbot. Zum Jugendwort wurde leider geil gekürt. Worte stehen für Inhalte und Bedeutung. Was ist das wichtigste Worf des Jahres 2012? Der amerikanische Journalist Hunter Thompson ist bekannt für seine ungewöhnlich gründlichen Recherchen. Er verbrachte beispielsweise ein ganzes Jahr mit den Hells Angels, um einen authentischen Bericht über die Rocker schreiben zu können. Seine Honorarforderungen sind entsprechend hoch. Er verlangt 12 Dollar pro Wort. Vor einiger Zeit schickten ihm Studenten aus Spaß 12 Dollar mit dem Vermerk, er soll ihnen dafür sein bestes Wort des letzten Jahres zukommen lassen. Postwendend schrieb er zurück, Danke. Denken und Danken stammen aus derselben sprachlichen Wurzel. Undankbarkeit ist Gedankenlosigkeit und umgekehrt. In der Sprache der Heiligen Schrift, das Gute vergessen bringt den Menschen in das Land der Finsternis. So betet der Psalmist, meine Seele vergiss nicht, was er, was Gott dir Gutes getan hat. Dankbarkeit befreit von dem zwanghaften und verfehlten Bemühen, das eigene Leben selbst machen, leisten zu müssen. Und Dankbarkeit hat eine befreiende Wirkung. Sie befreit von selbstbezogener Enge und Ängsten. Sie öffnet den Blick für andere. Wenn wir dankbar sind, dann sind wir menschlich. Genauso wie wenn wir schwach sind, Fehler machen, enttäuscht sind, weinen, lachen, lieben. Und Dankbarkeit blickt nie bloß zurück, sondern bewährt sich im Vorausblick. Auf Zukunft gerichtet ist das die Hoffnung. Oder im Gegensinn, Hoffnungslosigkeit, Resignation ist Undankbarkeit. Ich wünsche Ihnen einen dankbaren und versöhnten Rückblick auf das Jahr 2012 und Gottes Segen für 2013.